Hallöchen und willkommen bei einer weiteren Folge World of Tanks. Ja, mal wieder ein Replay vom Frontline-Modus. Diesmal gerade Kraftwerk. Ohne Kamera, ohne Mikro nachher. Im Endeffekt nur das reine Replay, weil ich nicht mehr weiß, was da wirklich passiert ist. Ich glaube, es war eine gute Runde, aber ich habe keine Ahnung. Ja, kleines Statement zum IS-2-Video. Ich weiß, da war der Sound ein wenig vermorgst von meiner Aufnahme oder von meinem Netz. Ich habe jetzt einiges nochmal geändert in der Soundaufnahme von OBS. Ich hoffe, es läuft jetzt einigermaßen vernünftig. Und wenn nicht, muss ich halt nochmal da rangehen und mal gucken, ob das einfach mal besser läuft. Ja. Wie erwähnt, Frontline, karte Kraftwerk, sind ein paar Achter Premium-Panzer dabei. War, glaube ich, eine gute Runde. Ich hatte nachher 250.000, 62.000 Relates gefarmt. Ähm, damit war ich sehr zufrieden. Frontline generell eigentlich für mich nur zum Credits-Farm. Weil, ähm... Die Prestige-Level werde ich eh nicht erreichen. So, ich genieße jetzt hier meine Linsensuppe mit kleinen Wurstchen drinne aus der Dose. Hm, sieht schon mal richtig geil aus. Wie frisch reingekotzt. Ja, ihr könnt jetzt das Replay genießen. Ich bin am Futtern und, ähm... Ich denke mal so, in den nächsten Tagen werden wir noch ein paar weitere Replays folgen. Weil ich hier aufgrund meiner Rüsselseuche nicht viel Zeit hatte zum Sabbeln. War ja komplett erkältet. Nase zu, ähm... Wir kommen, reden und, ähm... Bla, 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 bla. Replays. Ey. So gut, ich wünsche viel Spaß. Am Ende der Runde nochmal das Ergebnis. Sonst sage ich danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns bald bei einer... Hoffentlich Live-Runde. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Wirkungstreffer! Wir sehen uns bald wieder. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Wir sind bewegungsunfähig. Wir sind bewegungsunfähig. Fahrzeug zerstört! Los geht's. Was ist das? Was ist das? Das war's für uns. Raus hier! Legen wir los! 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 Der ging voll durch Ihre Panzerung. Sie haben uns! Raus! Weg hier los! Weg hier los! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war knapp! Luftausklärer ist bereit! Wir haben sie! Unsere Verstärkungen sind eingefroffen. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schwere Artillerie ist bereit. Luftausklärer ist bereit. Luftausklärer ist bereit. Luftausklärer ist bereit. Luftausklärer ist bereit. Unsere Verstärkungen sind eingetroffen. Der ging voll durch ihre Panzerung. Fahrzeug zerstört. Legen wir los! Entwirkungsreifer! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wirkungsstreffer! 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 Wirkungsstreffer!